Hallo, ich bin Lars aus dem Vertrieb. Und ich bin Olga aus der Entwicklung. Wir zeigen euch jetzt, wie ihr den richtigen Dachhaken zu eurer PV-Anlage für Ziegeldächer auswählt. Deshalb sehen wir uns zuerst die Unterschiede bei den Ziegeln an. Wir unterscheiden grob zwischen Tonziegel und Betondachstein. Sonderziegel wie Tegelit oder Beberschwanz lassen wir heute außen vor, da wir dafür spezielle Dachhaken haben. Ihr kennt die Ziegeln an folgenden Merkmalen. Tonziegel haben zwei Falze an der Oberseite und entsprechende Verzahnung an der Unterseite. Betondachsteine haben nur einen Falz an der Seite. Im Groben empfehlen wir bei Tonziegeln Aluminiumdachhaken, weil die Ausleger etwas stärker sind. Die Tonziegel können an der Ober- und der Unterseite bearbeitet werden. Betondachsteine lassen sich nur an der Unterseite bearbeiten. Deswegen sind hier dünnere Edelstahl-Dachhaken besser geeignet. Im Detail sieht das so aus. Egal welches unserer beiden Schienensysteme für Stahldächer erwählt, wir haben sowohl für Solid Rail als auch für Single Rail beide Dachhakenplassen im Angebot. Für das Single Rail System gibt es inzwischen unseren höhenverstellbaren Single Hook Varios Edelstahl mit direkter seitlicher Anbindung der Schiene. Das neueste Produkt unserer Entwicklung für Solid Rail ist der Cross Hook 4 SL aus Aluminium und mit Landloch. Für die Planung im Platz 2B müsst ihr zuerst euren Schienentyp wählen. Später bei den Ergebnissen könnt ihr den kompatiblen Dachhaken wählen und die Auslastung prüfen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann ruft uns an oder schreibt uns.